Soll man nicht der Meinung sein, wenn man so ein berühmter Ökonom ist, der ich nicht bin, dass es bessere Lösungen gegeben hat. Und unglücklicherweise hatten wir bisher nicht so kluge Leute in der Euro-Gruppe, die uns auf den besseren Weg geführt hatten. Deswegen haben wir diese Dinge halt so gemacht, nach bestem Wissen. Dem IWF ist bisher auch nichts Klügeres eingefallen, aber da sind ja auch nicht so viele erfahrene Leute drin und in der EZB. Na gut, wie auch immer. Es macht keinen Sinn. Diese spekulativen Fragen zu stellen. Es ist ausschließlich eine Entscheidung in Athen. Der Rest ist das übliche Bali-Huf. Das weiß ja keiner. Viele der Kollegen sagen, was wollen die eigentlich? Was haben die für einen Plan? Haben sie einen? Ich weiß es nicht. Also zum Beispiel Sozialleistungen anzuheben. Pensionen anzuheben. Mindestlöhne anzuheben. Und dann haben die Kollegen zum Teil berichtet, wie die entsprechenden Leistungen in ihren Ländern sind. Nämlich deutlich niederer. Und dass sie gleichwohl ihren Bevölkerung immer wieder auch erklären müssen, warum es notwendig ist, Griechenland zu unterstützen, um das Griechenland jetzt sehr viel mehr erhöht. Und als das ein Kollege am Mittwochabend sehr eindrucksvoll gesagt hat, war die Antwort des kollegischen Krieges. Es mag ja sein, dass man in deinem Land mit so niedrigen Leistungen leben kann, in Griechenland nicht. Und das mag so sein. Aber ob das ein wirklich überzeugtes Argument ist, in allen Mitgliedsländern, ist eine andere Frage. Und in der Woche ein bisschen die Situation, dass man nicht so ganz klar war, hat der Kollege ein Mandat zu verhandeln? Oder ist es mehr so eine Art erweiterte Telefonkonferenz? Oder was immer. Wie auch immer. Wir sind nicht sehr viel weiter, als wir waren. Wir wissen, dass die Lage in Griechenland nicht besser wird. Übrigens hat sich, und wenn ich das dann sagen darf, Herr Varoufakis kam gestern zu mir und hat, ich habe ihm gesagt, es sei überhaupt kein Problem zwischen uns beiden, aber er hat gesagt, er wolle mir sagen, dass er sich schrecklich schäme. Für irgendeine Karikatur, die ich auch nicht gesehen habe, in der Zeitung der Partei, der aber gar nicht angehörte, erschienen sei. Die Omee-Altia ist die eigene eigene. Die Omee-Altia ist die eigene. Die Omee-Altia ist die eigene. Wir haben die Kinder, die von der Beine lippen sind. Mit all diesen Empfangen. Natürlich, aber damit wir uns absoluten Beispiele für die richtige. Die Dänien-Altia, ohne die Dänien, in irgendwelchen Dänien, in irgendwelchen Dänien, in der Dänien, in der Dänien, in der Dänien, in der Dänien-Altia ist die Tadien, in der Dänien, in der Dänien, das ist die Antikei, dass sie ohne sich vorzunehmen? Er, kann er die Pfeiffer, also an Bedeutung, aber in der Dänien, dass sie der Dänien über die Bewegung mit den Dänien, sie möchte, wenn man auf die einer Dänien, Die Auslösung ist ein sehr, 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 sehr. Das ist eine große Herausforderung. Einerseits, die ich nicht, dass das nicht so ist, ist das nicht. Das ist das nicht so, das ist. Und ich glaube, dass Soimble, in der Beziehung der Erlösung diese Initiative, genau weil er das nicht sagt, dass wir nicht überwunden sind, dass wir nicht überwunden sind. Aber das ist nicht so, Herr, die Soimble, die wir auf die deutsche Präsidenten haben, wirst du auch an den Kielbremsen, und mit den Beziehungen der Zipras, vor allem über die Zahlen, Das ist das, was, als Schwaibler, als Schwaibler ist, ist eine Mögen-Energische Energie. Ja. Das ist das. Ich glaube, dass die Gewalt mit den Projekten, die in den Projekten, über wenige Wochenende, für die 100%-Dos, und die Verlösung des Projekten... Ja, das ist eine Mögen-Energische Energie. Das ist eine Mögen-Energische Energie. Ich glaube, dass, wenn es die Gewalt mit den Projekten, die die Verlösung der Verlösung ist, dann wird die Verlösung. Ich glaube, dass die Verlösung nicht mehr wissen, dass wir die Verlangen haben, wie wir die Zeit haben, ohne zu sagen, was die Zeit zu verabschieden. Das ist die Zeit, das ist die Zeit. Für mich ist die Zeit, das ist die Zeit. Für mich ist das, dass ein Kind, nicht nur ein Kind, dass ein Kind, nicht nur ein Kind, dass ein Kind hier ein paar Tage verabschiedet ist. Und dass die Kind aus dem Beena lebt. Und zu sagen, etwas anderes, dass ich ihn als Anwesen habe. Ich sage, wie viele Anfibolien ich habe, wenn er die Regierung gewiss. Die Anaskes ist. Und nicht. Das ist das, das ist das, was wir heute machen. Aber es ist das, die Zahne. Wunschte, die Sie von der Regierung haben, die Sie haben, die Menschen, die sie zu tun, die sind, die Kinder, die Kinder. Nein, oder? Nein, das ist das, die Kinder. Die Kinder, die sie in die Jahren waren, die Kinder, die sie in die Zeit geimpft haben, die Kinder, die Kinder, haben die sogenannten Namen. Es ist so, wie es ist. Der Problem ist, dass du nicht, wie es ist, ist, dass du ein einleitiges ZD ist. Jetzt ist die Zeit, die MIS-ZU-KÜBERNESZE einer Etairung und der Präzis des Demokratischen sind diejenigen, die hierher waren. Me verabschiedet. Wir sagen nicht nur, die MIS-ZU-KÜBERNESZE war von den Menschen, die hierher waren. Wenn sie hierher waren, dann kam sie hierher waren. Das ist die Prozlösung. Das ist die Prozlösung. Das ist die Verlösung. Das ist die Verlösung. Das ist die Verlösung. Das ist die Verlösung. Und das ist die Verlösung. Das ist das, was du gesagt, dass du jetzt ein Problem haben und einen Weg zum Beispiel. Das ist das, was ich. Mit einer einer der Verlösung. Und mit einem hohen, wenn du das nicht. Wir haben die 7,2 ZD nicht. Wir wollen die 1,2 ZD nicht. Wir wollen die 1,2 ZD, die 1,7 ZD ist die Verlösung von den Europäischen Union. Und wir wollen auch ein bisschen erhöhen, die 1,2 ZD, 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 die 1,2 ZD nicht. Das ist die Verlösung. Das heißt, ich will nicht, dass ich sie nicht. Ich will nicht, dass ich sie nicht. Wenn ich jetzt sage, dann sage ich sie nicht. Wenn ich jetzt sage, dann sage ich sie nicht. Ich will die 7.2. Das ist nicht die 7.2. Das ist das nicht. Das ist das, was ich gesagt. Wir sagen, dass wir nicht die vorhandenen Programmen, sondern auch die Leute haben. Wenn wir jetzt noch einmal sagen, dann sagen wir, wir wollen eine Einladung des Programmen und die Einladung ist die Einladung. Ja, genau. Ja, ich habe die ZDF, den das ist. Das ist der Fall, wo wir stehen. Wir wollen die ZDF. Das ist es. Das muss man einen Weg님� und dann steht die ZDF, dass ich die ZDF, aus solchen Fällen, aus speziellen. Kann man dann die ZDF? Und wenn man die Bedeutung hat, dann muss man das machen. Er hat sich schon gesagt, dass er die Bedeutung hat. Wenn er der Bedeutung ist, dann sagt er, wenn er die Bedeutung hat, dass er mit der Bedeutung von der Bedeutung kommt, er hat sich gefragt. Aber er sagt, er hat sich nur noch ein paar Zeit für die Bedeutung. Aber die Bedeutung nicht wollen FAPAX. Also, wenn man die Bedeutung von den Bedeutung von dem Bedeutung wird, wird es 100.000 Euro bekommen, eine Bedeutung. Ja, ja. Es wird nicht mehr Geld für die 100.000 bis zum 16. Es wird nicht mehr Geld bekommen. Und nicht mehr Geld. Es geht nicht. Es geht nicht mehr Geld. Es geht nicht mehr Geld. Die Regierung hat sich die Drogen. Die Leute sagen, wir müssen uns das, was wir machen. Wir müssen uns 5-6 mänges machen. Wir müssen uns das jetzt sehen. Wir müssen uns das jetzt machen. Aber ich möchte die 6-6 mängchen. Ja, da gibt es hier ein Thema. Hier gibt es ein großes Thema. Hier möchte eine große Maestrische, um so zu unterstützen, ein solches Ärzema zu unterstützen. Und die Mnemonien, die Mnemonien, dass er die Möglichkeit gibt. Das, was nicht von Konstantin, oder von Sturnares ist, dass er die Möglichkeit gibt. Ja. Wenn es um die Frage geht, dann geht es um sechs Monate zu sprechen. Ich glaube, Aber es hat aber auch ein Gesetz, wenn alle wissen, dass es ein Gesetz gibt. Entschuldigung, die Politiker immer sagen, dass sie nicht mehr haben. Aber es muss aber auch ein Gesetz geben, dass es ein Gesetz gibt. Weil wenn sie nicht ein Gesetz gibt, dann muss man das Gesetz geben. Dass sie mit den Ärzten kommen, dass sie einen Mail schadet hier, und dass wir alle alle nicht mehr überwinden können, dass sie nicht mehr überwinden können. Das Gesetz ist sehr, wie es ist, von dem Schäuble, von dem Schäuble, von dem Schäuble und von dem Schäuble. Sie werden uns nicht in die Zusammenarbeit Die Schöne über den Ende der Zeit und wir kommen hier zu über 15 Minuten. Das ist ein Schäd мир. Das ist ein Schäd. Das ist ein Schäd. Das ist das Schäd. Wir müssen keine 1-2-4-2-4-5-5-5-5-6-6-7-7-7-7-7-7-8-9-7-7-9-7-7-7-7-8-9-7-9-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7. oder was er das ein bisschen eine Woche vorhin. Er ist das ein Schöpfel? Ja, das ist ein Schöpfel. Aber es gibt politische Frage, wenn sie das Gefühl, und ich glaube, dass sie auch im Ripportag und dem Mägga und anderen Städten nicht mehr überrascht, weil er sich die Schöpfel hat, ob sie das Schöpfel hat, wenn sie sich das Schöpfel hat, wenn sie sich das Schöpfel hat. Ich bin der Regierung, die Regierung ist. Ich sage, dass sie das Schöpfel hat. Das ist das, was sie? Sie wollen nicht die Abkommen, bis zum Ende des Prozesses. Soeble, wollen sie das Abkommen. Sie wollen die Abkommen. Sie wollen nicht die Abkommen. Und in 10 Tagen gehen Sie, sie wollen sie. Keine Abkommen. Keine Abkommen. Wenn wir eine Realistik und Logik-Allege machen, und sie unterstützen, und sie unterstützen, dann wird sie nicht wieder sehen. Ich habe das nicht gehört. Das ist nur das Abkommen. Aber mit dem Pferde sie jetzt hier. Direkt und die Verwäßig sind. Wir wissen, dass wir nicht realistisch sind. Es ist nicht realistisch. Er ist nicht realistisch. Es geht nicht. Wir sagen, dass wir alle die Verwäßig sind. Ich glaube, dass er die Verwäßig ist, dass sie die Verwäßig sind. Wenn sie die Verwäßig sind, dann wird es nicht realistisch sein. Du hast es sicher, dass sie den Verwäßig sind. Du schädelst du, dass sie die Verwäßig sind. Und dann wird er wieder auf den Schäuble gegründet werden. Ja, wird er wieder auf den Schäuble gegründet werden. Ja, er hat er vorhin gesagt, dass er bereit ist die Regierung zu machen. Was ist die Regierung? Gegründet. Sie wissen, dass sie die Regierung gegründet hat. Sie wissen, dass sie die Regierung gegründet hat. Und das ist das, was wir jetzt sagen. Und das ist das, was wir jetzt sagen. Und sie hören, dass wir eine dianerische Zusammenarbeit haben. Das ist ein Moratorium. De halber, de halber.